Hey Leute, willkommen zum Vlog. Diese Woche bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Ihr habt schon bemerkt, ich habe hier einen Koffer. Und was ist da drin? Was ist da drin? Es ist ein Auto drin. Wir fahren nach Hamburg, wir fahren ein bisschen RC-Car. Aber zuerst fährst du Johnny, ein bisschen Dark Souls spielen. So, das bedeutet, normalerweise reise ich ja aktuell gar nicht, unter den gegebenen Umständen. Aber ich bin jetzt doppelt geimpft, mache jetzt trotzdem nochmal zur Sicherheit einen Test, werde dann bei Johnny ein bisschen zocken. Und dann ist, wie gesagt, der Plan nach Hamburg zu fahren, denn dort sind die Rocket Beans. Und die Idee ist quasi, dass sie da unter dem Hashtag Far Away solche ferngesteuerten Autos, so RC-Cars, als kleines Event aufgebaut haben. Das bedeutet, wir werden mit ferngesteuerten Autos fahren. Ich habe auch schon ein bisschen geübt, muss ich sagen. Und da gucken wir uns mal das Ganze an, wie das Ganze wird. Denn diese Woche ist mit Sport quasi unmöglich, da schon von der nächsten im Urlaub bin. Und das ist, äh, ja, ich hasse Urlaub. Ich muss es üben. Wir üben es. Boom! Und schon sind wir mehr oder weniger da. Der gute Simon immer dabei, verkehrt rum Stephen King zu lesen. Das ist absolut fantastisch. Ich habe hier dann noch so ein kleines bisschen rumgefilmt. Ich persönlich bin ja ein sehr, sehr großer Freund von RBTV. Das bedeutet, ich werde sehr gerne eingeladen. Und auch dieses Event war wieder absolut fantastisch. Die Idee ist einfach, Godlike mit den Miniaturautos, mit den ferngesteuerten Autos, ja quasi nicht nur Rennen zu fahren, sondern auch entsprechende, äh, Mini-Disziplinen zu haben, wie Ballons zerstören und so weiter und so fort. Auch die Idee insgesamt von diesem, äh, nicht nur Event war Godlike, sondern von dem Ort an sich. Das ist nämlich quasi, also sowas würde ich quasi gerne auch mit meinen Kindern machen. Und zwar war hier, äh, die Möglichkeit gegeben, sich ferngesteuerte Autos auszuleihen und, äh, gewisse Strecken zu fahren, ne? Das Ganze in großer und aber auch kleiner Manier. Da gab es auch Geländewagen und Ähnliches. Also, die Grundidee war auf jeden Fall not bad. Und ich werde definitiv in der Nähe von Leipzig ähnliche Dinge aufsuchen, ne? Das fand ich, äh, absolut fantastisch. Ähm, somit kommen wir quasi zu der zweiten Hälfte der Woche. Und zwar hätte ich ja eigentlich im Urlaub sein sollen. Und das hat nicht ganz funktioniert. Das bedeutet, ich habe beim RBTV-Event, ihr könnt auch den Link in der Beschreibung gucken, selbstverständlich gewonnen durch überragende Rennleistung. Ah, hier oben ist sogar noch der Pokal, beziehungsweise hier seht ihr schon, dass ich, äh, regelmäßig Rocket Beans TV abzocke, ne? Und da schon die ein oder anderen, äh, Sachen gewonnen habe. Allerdings, äh, ihr wisst, wie Karma ist. Na, schlägt sofort zu, ich war nicht im Urlaub. Wir konnten nicht in den Urlaub fahren, meine Damen und Herren. Deswegen auch keine Rage-Analyse. Na, das bedeutet, mein Kleinstes ist ein bisschen krank geworden, hat, äh, Bauchschmerzen gehabt. Das war sehr gut, tatsächlich. Ähm, das heißt, wir konnten das noch stornieren. Und dann ist es viel schlimmer, wenn man vor Ort ist, bereits im Urlaub mit den besagten Kosten. Und dann hat man ein krankes Kind. Also sind wir hier geblieben, äh, haben ihn, äh, kuriert. Und, äh, konnten dann hier viele kleine Dinge unternehmen. Und es hatte, wie gesagt, auch die Vorteile, dass ich nach wie vor, äh, entspannen konnte. Ich habe sehr viel Dark Souls 2 gespielt, aber auch natürlich sehr, sehr viel, äh, Training gemacht. Und konnte mich auch Gott sei Dank weiterhin an meinen Ernährungsplan halten. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes, denn Sponsor dieses Videos, beziehungsweise als Placement hier verkleidet, ähm, ist, äh, Löwmantei. Was ich euch nach wie vor sehr empfehlen kann. Das heißt, Link ist in der Beschreibung. Es gibt mittlerweile auch zwei neue Sorten. Das bedeutet einmal den italienischen, äh, Eintopf. Und, äh, außerdem noch das vegane Chili, ne? Das Chili ist ja bei denen sowieso hoch gepriesen. Mit Abstandsbest, muss man sagen. Und das vegane Chili ist geschmacklich, äh, auf jeden Fall super nah dran. Und wie gesagt, für die Veganer unter euch absolut, äh, Genius, ne? Schaut da ganz einfach in die Beschreibung. Und ich konnte, ähm, während der Woche, und das war nicht meine große Angst, meinen Ernährungsplan tatsächlich einhalten. Ihr wisst, wie es ist. Und unterwegs hat es auch nicht alles geklappt. Urlaub bedeutet, ich fresse wie ein Schwein. Und das Ganze konnte ich dank Löwmantei so ein kleines bisschen reduzieren. Und dann mir wirklich, äh, zwischendurch was, äh, Gesundes geben und was Schnelles. Also, wie gesagt, wir waren jetzt die Tage nur unterwegs. So viel Zeit zum Kochen hatten wir gar nicht. Und zwischendurch habe ich mir dann natürlich Löwmantei gesnackt. Denn ein anderes Thema ist natürlich, dass ich diese Woche nicht boxen konnte. Ich habe ein paar Hausaufgaben von Robert bekommen. Das bedeutet, äh, ein paar Übungen mit einem Tennisball, um nach wie vor die Bewegung richtig, äh, drauf zu haben. Ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Und selbstverständlich habe ich nach wie vor, oder mache ich nach wie vor sehr, sehr viel Sport. Die entscheidende Hälfte, die ich dieses Video oder diesem Vlog widmen möchte, ist aber das Intervallfasten. Denn das mache ich mittlerweile schon länger. Und ich wollte so ein kleines bisschen, äh, darüber heute auch noch reden. Das heißt, ich, ähm, ernähre mich jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr ungefähr. Ähm, intervallartig, könnte man sagen. Das bedeutet, ich frühstücke um 10. Und habe mein letztes Essen dann 18 Uhr. Ganz grob. Und diese Richtlinie konnte ich zu 95% einhalten. Also die, die meinen Stream häufig morgens gucken, wissen, ab um 10 rennt er los wie ein Geistesstörter und holt seinen Joghurt. Na, und frisst den dann entsprechend. Und, ähm, ich wollte mal gucken, wie das Ganze ist. Das bedeutet, ich habe natürlich schon mal Essen getrackt. Ich habe versucht, mich gesund zu ernähren. Wir haben dadurch viel Muskelaufbau betrieben und so weiter. Und Intervallfasten habe ich so als kleines Experiment jetzt mal für ein halbes Jahr gemacht. Und die Ergebnisse sind eigentlich ziemlich nice. Das heißt, ich habe mir eine Waage geholt, um das Ganze besser auch zahlenmäßig euch zu demonstrieren. Und ja, kann man schon sehen, dass quasi eine Art Kurve entsteht. Und, ähm, das Intervallfasten gerade am Anfang, wenn man sich vor allen Dingen noch an die, äh, an das Tracking hält, sehr gut zur Abnahme führt, wenn man den Fett reduzieren möchte. Na, ich turkel jetzt hier bei 15% knapp rum. Bin natürlich grundsätzlich sehr, sehr zufrieden. Und man sieht schon, die Kurve geht gegen Ende, ähm, ordentlich, äh, ordentlich nach oben. Das heißt ja, ordentlich, aber ein paar Kilo geht es nach oben. Aber man muss dazu sagen, nicht nur Fett habe ich dann quasi wieder zugelegt, sondern auch viel Muskelmasse. Und jetzt geht es natürlich darüber zu reden, okay, wie fühlt es sich das Ganze an? Wie ist es denn, erst ab 10 Uhr essen zu können und 18 Uhr, äh, das letzte Essen zu haben? Ähm, gewöhnungsmäßig war es am Anfang sehr, sehr weird, weil ich am Anfang, äh, oder weil ich immer gewohnt war, ich stehe auf und fresse erstmal wie ein Schweiner. Ich liebe ein gutes Frühstück. Und darauf musste ich verzichten und das war gar nicht so leicht. Und ich habe quasi Kaffee oder generell, äh, Getränke, also Wasser hauptsächlich, ähm, als Überbrückung, äh, genutzt. Also am Anfang war es für mich gewöhnungsbedürftig, erst so spät zu Frühstücken. Mittlerweile ist das überhaupt kein Ding. Und abends natürlich dann zu sagen, okay, keine Chips, kein Bierchen, kein gar nichts mehr, nach 18 Uhr war zu Beginn auch gewöhnungsbedürftig. Und es ging vergleichsweise schnell. Also der Körper hat sich schnell daran gewöhnt. Und wenn ihr, also das ist meine Erfahrung, Intervallfasten mit Tracking, also mit Kalorien zählen und so weiter, kombiniert, dann habt ihr insane Erfolge. Weil Intervallfasten führt dazu, dass der Körper, ähm, quasi, ähm, 16 Stunden lang, wie eine Pause hat. Würde ich mal sagen, ne? Na, das heißt, der Magen hat natürlich 18 Uhr trotzdem noch was drinne, dann verdaut er. Und dann lebst du quasi bei einem bestimmten Punkt, wenn dein Magen offensichtlich leer ist, ähm, von deinen eigenen Körperwerten, wie zum Beispiel Fett. Na, das bedeutet, das Ganze kann man nicht nur dann gut im Schlaf abbauen, sondern natürlich auch morgens. Bezogen auf das Training, äh, habe ich zwei wichtige Erfahrungen gemacht. Erstens habe ich ja natürlich sehr viel mit Robert immer noch morgens Training gemacht. Das war sehr exhausting, aber natürlich auch rewarding. Das bedeutet, meistens habe ich so um 8, um 9 trainiert und habe danach mir einen Shake gegangen. Oder danach kam dann quasi, ähm, sofort mein, äh, Frühstück. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Ich bin morgens sowieso nicht so gut beim Training. Das heißt, ich würde jetzt, äh, eventuelle Kraftlosigkeiten nicht aufs Intervallfasten schieben, ähm, sondern eher auf die Uhrzeit. Ich bin einfach nachmittags fitter als morgens. Das ist einfach nach wie vor so. Aber ein anderer Punkt, den ich beim Intervallfasten noch, äh, hervorheben kann, neben den, äh, positiven gesundheitlichen Aspekten, weil der Körpergang quasi sich selbst reinigt. Es gibt auch richtig interessante Studien zu, ähm, ähm, die aber, äh, durch modernere natürlich so ein bisschen ersetzt werden. Also die meisten sagen, man sollte nicht die ganze Zeit Intervallfasten, sondern pro Woche 5 Tage und 2 Tage, äh, normal essen, na, damit der Körper da so einen gewissen Ausgleich hat. Aber da muss jeder, äh, selbst die Erfahrung machen. Solche Studien sind meistens mit relativ wenigen Leuten, äh, getestet worden. Und deswegen, genau, alles, was so Sport und Ernährung angeht, müsst ihr selber probieren. Was ich als negativen Punkt von Intervallfasten definitiv aufbringen kann, ist Training im Abendbereich. Das heißt, äh, wenn ihr 10 bis 18 Uhr esst, das ist total cool, macht Laune und ist alles gut und wir kommen noch später zu weiteren positiven Punkten. Nehmen wir aber das schlimmste Negativste erstmal auf. Und zwar, wenn ich dann, oder als ich so 19, 20 Uhr Training gemacht habe, wenn es nämlich zum Beispiel zu Hause war, ne, ich dachte, der Tag ist oben, ich habe alles geschafft, komm, dann machst du jetzt nochmal eine Stunde Training. Das war terrible. Das heißt, das Training an sich war sehr, sehr gut, aber die Problematik war, nach dem Training nichts essen zu dürfen, war furchtbar. Das war eine ganz, ganz schlimme Erfahrung, die ich, äh, ein paar Mal gemacht habe und dann festgestellt habe, nee, so mache ich das nie wieder. Mein Training muss so 15, 16 Uhr sein, das ist so der Traum und mit Robert trainieren wir natürlich morgen. So, das ist halt, das hat organisatorische Gründe. Ne, es funktioniert aber. Und, ähm, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Intervallfasten wirklich sehr, sehr viel gebracht hat. Denn selbstverständlich ist die Kurve gegen Ende nochmal hochgegangen, allerdings ist das auch in der Tatsache begründet, dass ich ein bisschen probiert habe. Das heißt, ich habe aufgehört mit Tracking und ich habe wirklich vergleichsweise viel Shit gegessen. Das bedeutet, es kamen Döner dazu, ne, ab und zu mal beim Chinesen, äh, Sushi muss ich jetzt noch bestellen, ne. Also, das sind alles so Sachen, die, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich habe mich jetzt wirklich über Monate nicht clean ernährt. Das ist nicht ultra ungesund mit 5000 Pommes und sowas, aber schon, schon so urlaubsmäßig, würde ich sagen, ne. Und, ähm, der Gewinn an Muskeln war natürlich da, weil ich weiterhin Training gemacht habe, offensichtlich. Na, aber der Fettgewinn war natürlich auch vorhanden, aber in einem deutlich geringeren Maße, als ich es erwartet hätte. Also, ich habe wirklich, es war wirklich nicht gut, wie ich gegessen habe. Und bei, beim Eltern sein muss man bitte noch folgenden Fakt bedenken, okay. Okay, ihr bestellt meinetwegen Döner, ne, ihr holt euch Döner, die ganze Familie isst Döner, ich esse meinen Döner. Und was mache ich dann? Dann esse ich noch die Reste von den Kindern. Okay, und das ist das Papa-Syndrom, so, dass du isst halt die Reste der Kinder auf und dadurch wirst du dick, actually. Also, dadurch isst du im Kalorien Überschuss. Und, äh, das geht ganz schnell. Das geht halt sehr, sehr heimlich. Mittlerweile, äh, bestelle ich mir immer kleine Portionen, weil ich genau weiß, ich steale eh bei den anderen. Na, also, es ist alles fein. Aber auch ein bisschen weird. So, aber das ist so ein Fakt, den ich definitiv noch nennen kann. Und ein großer Bonus vom Intervallfasten war außerdem, ähm, dass ich immer früher aufgestanden bin und immer früher aufgewacht bin. Also, wirklich, mein Rekord lag bei 6.30 Uhr. Und zwar nicht aufgestanden, sondern 6.30 Uhr habe ich den Stream gestartet. Boah, ne, das ist schon, ich meine, einige sagen, ich stehe den Tag 5 auf, das ist schön. Ne, aber für mich war das ein völliges Neuland, dass ich einfach so richtig ein Megaboomer geworden bin und wirklich extrem früh nicht nur aufstehe und fit bin, ne, sondern entsprechend auch, ähm, leistungsfähig im Sinne von, dass ich einfach angefangen habe zu streamen. Also, meine Standard-Stream-Zeiten waren dann statt 10 Uhr bis irgendwann, waren einfach immer um 7, ne, um 7, um 8, so zwischen, zwischen dem, äh, 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 Punkt, äh, habe ich dann quasi angefangen zu streamen und es war für mich relativ normal, sehr früh aufzustehen, ähm, plötzlich in Anführungszeichen oder während dieser Intervallphase und, äh, auch natürlich entsprechend früh müde zu sein. Also, du gehst dann, also ich gehe halt 22 Uhr, bin ich halt rip. Es gibt natürlich ein paar Cast-Tage, wo es länger geht, aber holy ass, bin ich tired, ne. Und, äh, durch diesen ganzen, äh, Intervallfast-Prozess muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, äh, bin ich natürlich, äh, wie gesagt, Löwenanteil super dankbar. Also wirklich spontan, ähm, oder zur richtigen Zeit pünktlich essen zu können, zu sagen, okay, ich nehme jetzt so ein Glas, das hat seine 500 Kalorien oder 1000, wenn ich da noch reise und so einen, äh, Spaß dazu mache. Dass das so schnell geht, war wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne den Link in der Beschreibung nutzen, da gibt's nochmal 10% Rabatt und sämtliche Informationen auch über die neuen Sorten. Und nachdem ich jetzt quasi zuerst clean gegessen habe, jetzt übelst un-, also für meine Verhältnisse sehr unsauber gegessen, ähm, geht's jetzt quasi wieder in die Tracking-Richtung. Das heißt, ab jetzt track ich wieder, Intervallfaste nach wie vor und, äh, werde natürlich dann entsprechend die Prozesse über ein Jahr mal beobachten. Also jetzt sind wir knapp bei dem Halben und ich kann es bisher jedem empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Also Intervallfasten war etwas sehr, sehr, sehr Gutes. Nur abends trainieren und danach nichts essen zu können oder kein Shake oder sowas, das war Kacke. Das war tatsächlich Shit. Na, aber der Rest war sehr, sehr cool. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, mit dem Urlaub hat's nicht geklappt. Dafür habt ihr heute hoffentlich etwas gelernt. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Fasten.